herzlich willkommen zu einer neuen folge hunt showdown in dieser folge spiele ich ein günstiges loadout romero und parks habe ich schon öfter mal gesagt dass es eine unfassbar beliebte kombination von mir ist vor allem also es ist halt so günstig und kann soviel ja was ist passiert in der runde wir finden den boss verbanden das ist jetzt kein großer spoiler und dann werden wir auf dem compound regelrecht belagert und wie das ja oftmals oder klassiker ist die teams draußen die kämpfen sich überhaupt nicht der sich gegenseitig auf dem schirm es geht alles nur gegen uns und ob und wie wir da wieder rauskommen ob überhaupt das seht ihr jetzt in dieser runde viel spaß gegen beheilung gesehen hat falsch schaden gekriegt naja hier haben wir uns helfen da vorne ist auch noch ein armort ja kirche kriegen wir zwei hier ist auch einer arme Nein, das wollte ich nicht Rehen Darf ich den immer aufladen? Na warte ich kann ihn machen Munition falls jemand brauche Was ist da? Munition Ok, Gefängnis Gefängnis Hier ist ein A-Mord Jo, kann ich mich haben Warte ich mal um jetzt Oh Du kannst sie auch mit den Wurfechsen verprügeln Ah ok Gehts? Ja Ich muss mir nur die Wurfechsen wieder rausholen Ja wir wollen jetzt schon ein bisschen vorgefahren deswegen Ja gut, ich bin unterwegs Da wird auch locker schon jemand dort sein jetzt Ja Leute die von vorder so gekommen sind Ja Ähm Ich hätte auch ein Lort für Mainz dabei Das heißt rote Fässer vermine ich Jo Bitte vergiss es nicht Das wird es vergessen Aber ich bin tatsächlich schon nicht so oft in welche reingelaufen wie ihr Mhm Ich lauf eher in Traps So Das ist meine Spezialität Ist noch weiß Oh nice Haben wir ne Sticky oder so? Nee Ich guck mich gleich mal nach Nice Guck mal Bessern um Also meide ich bitte Fässer einfach Ich hab hier nochmal zwei Hunde gemacht Hier ist ein Fass Na hier ist ein Dicker Ich finde aber keine Axt Hier ist ein Hammer Hier ist ein Hammer Na ich hab ne Axt Noch weiß Hier ist auch noch ein Hammer Hier ist ein Waffenöl Ich geh mal rein jetzt Ich bin dann in der Das war's für heute. Ich glaube, Steps sind mir viel lassen. Ist noch weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Ich wollt's nur sagen. Ich wollt's auch nur gesagt haben. Rot, 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 rot. Erschießen, schnell töten, irgendwas. Was ist denn da? Einer hat nen Hit. Oh, ich hab doch recht. Sei mal ruhig. Äh, zwei auf der Außenveranda. Ja, ich weiß. Und einer hat davon... ...kommt, glaub ich, noch ein Team. Ja, ich weiß nicht, genau. Es geht bestimmt. Ja, danke. Ich habe es nicht mehr gemacht. Ich habe nicht mehr. Das war's für heute. Oben ist er. Ja, ich weiß, aber ich kann da gerade nichts machen. Hashi, kannst du nicht aufheben? Doch, kann ich. Nein, kann ich nicht. Unten ist auch noch einer. Wo unten? Hat ein Hit? Down, down, down. Ja, ist down. Äh, warte, ich blick ihn. Da war er vorhin. Ja, hab ihn gesehen. Ich geh mir mal ein Bounty holen, ich will mal wissen, wie viele hier sind. Bleib, bleib einfach. Ich glaube, der wird gerade beschossen. Nee, noch das kleine, noch das kleine. Boah, hier sind fünf oder sechs. Das sind beides kleine. Ja, aber du hattest jetzt nur noch einen Balken voll zu heilen. Hätte sich eher das Ding gelohnt. Ich meine, mit ihm weg, halt. Weißt du? Bei der Spitzung machst du zwei große wieder. Hab einen. Schön. Habt ihr euch. Komm mal. Komm mal auch runter. Ich nehm mal auf, oder willst du? Nee, mach du, mach du. Äh, falls du... Na, was sagst du? Zwei über uns und drei noch dahinter. Wo liegt denn der Koordinat? Direkt hier vor der Tür. Auf jeden Fall, der Treppe ist einer. Natürlich. Ich geh nicht durch die Wand. Happen. Happen noch einen. Schön. Ich werde wieder aufstellen. So, noch ein Team. Heb mal auf, ja. Ich habe jetzt nur noch die Hälfte meines Lebens, ne? Äh, hier ist ein Medikit als Boss. Ja, mir fehlen da jetzt anderthalbalken, deswegen. Rechtsheim, wo gestorben war. Aber die kommen ja näher. Einer ist schon hier vorne dran, Tim. Mhm. Wieder oben. Oh, irgendwas getroffen. Hat nur Blutungsschaden gehabt. Oh wow, die sind halt einfach schon raus. Äh, ich lüte mal kurz auf. Oh, ich dachte, da steht auch einer, sorry. Hier liegen drei Stück insgesamt. Ich loote auch mal für Sekunden. Ja. Die sind alle draußen. Wir können hier alle lupen. Ja, ich wollte jetzt so schnell die Tür zumachen. Mhm. Das hat der dabei auch ganz voll. Die sind alle da im Hof. Mhm. Aber einer ist ein bisschen weiter vorne. Warte mal, willst du einen looten? Denn hier oben kannst du auch einen looten. Der ist nichts, das habe ich schon gemacht. Also ich habe jetzt alle drei gelootet, einfach, dass ich wieder die fünf Sekunden voll habe. Ist ja nicht verkehrt. Kann man da irgendwie rausschießen? Nee. Halt nur oben, wenn du auf die Dinge drauf bist. Da oben. Oder halt hier vorne gibt es, glaube ich, noch die Möglichkeit. Hier. Das ist Springfield. Oh, ich muss weg. Okay, die Spice, also einer ist relativ weit weg. Der eine ist hiervon an der Mauerlicker. Ich sage jetzt mal, wir versuchen, den zu pushen oder so. Nee, ne. Das Problem ist, einer spielt, glaube ich, wie der Sniper. Okay, ich habe ihn hier gesehen. Ja, habe ihn auch gesehen. Warte einfach ab, weil ich kann hier nicht viel machen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, weil ich nicht mehr gesehen habe, weil ich nicht mehr gesehen habe. Ich hab'n auch getroffen, wieder mit'n Pfeil, Mann. Äh, ja. Weiß nicht, ob er tot ist oder ob er mit dabei ist. Nein. Scheiße. Naja, ich hab's gehört, wir hab'n dich geheilt, also. Kann man dich aufheben? Äh, fuck. Äh, zwei, da sind zwei. Ja, 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 ja. Die kommen jetzt. Hier redest du, wie der Winkel war, könntest du versuchen, mich aufzustellen. Ich hab' einen. Nice. Na, der erste Drohne-Eingang, da war er direkt davor. Wo liegt denn der? Unten der Eingang direkt. Da sind aber beide anderen auch. In der erst. Ja, ja, aber ich hab'n zu hellfeuern, deswegen. Wuhuuu. Äh, die, die Head glitschen da, aber auch das Krauen, alter. Ja, ich hab' nach." Das war's. Äh, das ist sicher. Da, 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 wie der Schnaupte. Ja, ich hab'n zu, wie der Schnaupte, die, die, die Hände zu machen. Ich hab'n zu, wie der Schnaupte. Und hier, die Schnaupte. Da, da, wie der Schnaupte. Ich hab'n zu. Was ist denn hier? Ja, ich hab'n zu. Also, ich hab'n zu. Ja, ich hab'n zu. Die waren glaube ich noch Laternen dann, ne? Hab jetzt keine Acht drauf gehabt, aber Ja, nur falls die Dings aus ist, weißt du? Ja Ja Ich such mal Waleine, die werden eh nicht reinkommen Ja, wenn du da reingehst, rechts Ah ja Es wäre so lustig, wenn da jetzt einfach mal ein rotes Fass reinlaufen würde Es gab nur ein rotes Fass und das wurde schon am Anfang gesprengt Ich habe mindestens zwei gesehen Und die habe ich hier gepinkt Okay, ich glaube nur ein paar Kunden Hättest du raus, da war noch ne Laterne übrigens Jaja Ich sammle hier mal So theoretisch bräuchten wir noch ungefähr drei Wenn jeder von denen zwei dabei hat Hat der eine jetzt noch zwei und dann haben sie keine mehr Und wir haben noch drei Laternen, also alles fein Genau, genau Nein, das ist halt hier hinten an dieser Ecke Ja, hat einer von denen die Leiche im Blick? Mit Sicherheit Du hast doch gerade geguckt? Naja, sicherlich da vorne hier an der Ecke Hier steht einer Und der andere ist aber weiter südwestlich gewesen Ich kann looten Kriege ich eine Sekunde zurück Oder würde ich euch auch gern Jetzt wird er gierig Du musst gar nicht so weit raus Mhm Boah, wie lange hätten so ne scheiß Joke Drei Minuten oder was das war? So lange können drei Minuten sein Mhm Also ich zu kranker Beim Sex ist es meistens schneller, ne? Beim Sex ist es meistens schneller, ne? Ja, Schatz, das waren drei Minuten Hä? Ja, Schatz, das waren drei Minuten Da ist die Joke vorbei Ja, da kommt wieder ne Joke Ja, jetzt kommt der andere dran Der hat keine Jokes dabei Hm? Dann wird der Kollege jetzt wohl brennen müssen Ah ne, jetzt kommt er Einer ist oben drin Bei mir? Ja Ja Hashi Summer Noch hier? Ja, der wird den jetzt wieder aufheben Ja Nein Ich kann jetzt mal den jetzt an Ja Ich habe den jetzt aufgehoben Tim Ha? Ja, ich weiß Ich habe den jetzt aufgehoben schon Schuldenlaterne Kannst du hier die Treppe absichern, Dominik? Äh, da vorne, das heilen wir schnell Ja, ich sehe nur einen Ja, ich glaube die rennen weg Ja, die sind zu zweit weg Aber ein großer Fleck Ja, wir warten aber noch Ja, wir warten aber noch, würde ich sagen bis sie wirklich weg sind Mhm Weil der Ugly ist kein Ausgang Warum sollten sie da hinrennen? Gut, das ist ja auch Gut, das ist mich eben umgeguckt, Herbasi Also ernsthaft, ich habe... Ja, und dass ich den nicht mal gehört habe, dass der reinkommt Ich kriege sie da nichts mit Ich kriege sie da nichts mit Ja, aber jetzt noch alles aus Metall Also du musst ja auch wenn man schleicht diese Treppenstufen hören, weißt du? Ja, mit Lightfoot geht da schon einiges, wenn man auf etwas anderes konzentriert ist Ja, aber dann tut doch nicht die, die Dingsler, die Steppen auf Metall Wenn du schleifst Ja, ich auch, ja War irgendwo Munition Ja, gut, die sind weg Ja, würde ich sagen, gehen wir raus Ich meine, wenn sie ihn jetzt wieder aufstellen, ist ja okay Ja Seven Sisters Ja Oder Pearl Plantation, ganz woanders von denen Also mir wäre es recht, wenn wir mal irgendwie in den Norden gehen Was ist denn da? Kingsnake Lass uns Kingsnake gehen Ja Ich habe echt keinen Bock, dass die mir jetzt noch in den Rücken schießen Deswegen Ich habe jetzt noch eine Sekunde, weil ich mich noch warum geguckt habe Ja, ich auch Ach, Pax Romero ist einfach so eine geile Kombination Ja Ja Und so günstig Und jedes Mal frage ich mich dann wieder, wochenspiel ist halt einfach öfter Ja Weil die Pax ist eigentlich eine ziemlich gute Waffe finde Die Waffe für den Preis Ja Ich spiele ich jetzt auch die ganze Zeit Boah, wieso leckt das jetzt bei mir Wusste gar nicht, dass hier so ein Zugunfall sogar ist? Seht zum ersten Mal Im Trailer hast du gesehen, wie hier aus diesem Zug einer rausgeschossen wurde Ah Und der runtergefallen ist Mit der Handarmbrust Die runter mache ich jetzt nicht, die ich höre Wo müssen wir hin hoch? Ja, lassen da oben laufen Einfach durch jetzt Vorne noch irgendwas dummes passiert Ach, das ist doch ein Witz Magst du schon mal umgucken? Ob wir uns nachgehen? Einer da Okay Ja, die sind ja nach Süden gegangen, also Und dann würden sie ja erst letztlich ihren Maid aufheben Nachdem sie gemerkt haben, wir sind weg Mhm Boah Ich glaube bestimmt der dritte war nur ein Rando Den wir jetzt für letzt gemacht haben, oder du halt Ich kann auch...ja, weiß ich nicht Äh, glaub ich ja nicht Einen war doch nur so ein Spaß War nicht lustig Okay Ich hab auch nicht gelacht Ich guck jetzt nochmal Äh, da sind wir, da 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 Quatsch, wirklich? Ja Na, oder was? Ja Nee Ja, doch Ich hab nichts auf den Kampf Lasse komm Ja, ich hätte gesagt, ich kann da weiter und ihr kommt mir hinterher, oder sind sie zu nah Sind zwei Stück Einer im weißen Hemd Beide da, wo der Schuss herkam? Ja Beide da, wo der Schuss herkam? Ja Der andere ist da hinten dran Der andere ist da hinten dran Ja, da ist der vorne bei mir Hit! Wartet Holen die Hashi Loote bitte und guck dich nochmal um Schon dabei Nein Nur für den Fall, dass sie den doch aufgehoben haben Ne, haben wir nicht Oh, geiler Scheiß, Mann Was? Äh, könnt ihr und die zwei looten? Na, also ich hab euch ja von denen natürlich einmal gelootet Ja, das sind jetzt nicht mehr looten können, genau Gut, dann kann ich noch mal sterben, kommen wir und gehen vielleicht schon sterben Na, Luke, du Ich krieg wenn, dann eh ein Medikit raus, das brauch ich jetzt hoffentlich nicht mehr Alter, bin ich froh, dass ich mich eben nochmal umgeguckt hab Mhm Schon das zweite war die Runde Boah, hab ich Kopfschüsse gedrückt mit der Paxe Die Runde, ey Ja, aber vielleicht haben die wirklich bei Moses gewartet Da war, die waren aber schnell, muss ich sagen Ja, die mussten ja nur hochhalten, wir sind ja schlecht gelaufen Ja, die werden ja dann predicted haben Die werden auf dem App geguckt haben und gesehen haben, okay, die wollen zum Raus kommen Genau, dann sind die halt einfach nur sprayed nach oben Können wir bitte einfach rausgehen jetzt Komm mal Kannst du von mir aus doch die Hunde holen Ich seh sie nicht, mir ist das auch egal wo sie sind Ich fang an zu extrahieren Ich hab nämlich Schiss mit meinen Einbalken, dass ich nochmal draufgehe Ja, vor allem wegen Hunde Naja, immerhin 1 kill Hast du nichts mehr sogar gemacht? Äh Ne Ich glaub ich hab 6 gemacht Ich hab 1 gemacht Mindestens Plus die, die wir vergessen haben Ne, sind 8 kills Boah, was eine mega Runde Und das mit nem Gratishunter Ich sag's ja, wenn's nicht läuft Einfach Gratishunter spielen Und das war's auch schon wieder mit der Folge Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat Wenn ihr habt, zeigt es mir gerne mit nem Daumen nach oben Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hard Showdown sehen wollt Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare Und damit verabschiede ich mich Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal